Mehrere Schwerverletzte in Berlin bei einer Messerstecherei natürlich. Sogar mehrere, die es dort gegeben hat. Und zugleich gucken wir uns eine Situation aus Neunkirchen an. Dort wiederum wurde ein Mann, 48 Jahre, mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet. Leute, mir fehlen langsam die Worte für die Extreme dieser Situationen, die wir hier nun tagtäglich erleben müssen. Und damit morgens zusammen, ich bin Olli, für kritischen Content jetzt ein Abo dalassen. Und die BZ berichtet hier am Samstagmorgen, wie ihr sehen könnt, in den Hals gestochen. In Neukölln und Wedding. Erneut Messerattacken in Berlin. Und ja, es ist natürlich nur ein dramatischer Einzelfall. Zitat, solche Delikte sind sehr selten. Dennoch gucken wir uns diese Situation an. Und es heißt hier, schon wieder Messerattacken in Berlin. Es gab mindestens drei Verletzte. Der Vorfall gestern Abend passiert, 20.40 Uhr in der Zwiestädter Straße in Neukölln. Zwei Männer zofften sich. Dabei stach ein 39-Jähriger dem 34 Jahre alten Kontrahenten ein Messer in den Hals. Ich bin gespannt, wie die Situation weiter bewertet werden wird. Mal gucken, ob es dann heißen wird, der Täter ist in der Psychiatrie, der Täter ist nicht schuldfähig, etc. Wir kennen das, wir wollen das nicht hier verallgemeinern oder ähnliches, aber es hat es ja sehr, sehr häufig in den letzten Monaten immer und immer wieder gegeben. Wer in der Lage dazu ist, eine solche Tat zu begehen, ist meines Erachtens klar straffähig. Und das sollte man auch so benennen. Das Opfer schleppte sich dann noch zur Böhmischen Straße, wo es mit einer stark blutenden Verletzung am Hals vor einem Restaurant zusammenbrach, heißt es. Der Mann wurde vor Ort versorgt und kam für eine Notoperation in ein Krankenhaus. Trotzdem schiebt er noch immer in Lebensgefahr. Und ich drücke hier die Daumen und wünsche gute Genesung und hoffe, dass er schnellstmöglich über den Berg ist. Der Täter ist natürlich zunächst geflohen vom Tatort, stellte sich jedoch kurz Zeit später auf den Polizeiabschnitt 54, wie es hier heißt. Das ist schon ganz interessant, dass der sich tatsächlich selbst gestellt hat. Habe ich so nicht erwartet. Mal gucken, wie das Ganze, wie gerade eben gesagt, weitergeht. Die Polizei ermittelt natürlich jetzt zu diesen Vorkommnissen und allem Drum und Dran. Und ja, das Bild da oben, das kann ich nicht zeigen, da wird das Video gesperrt. Deswegen habe ich jetzt die Facecam-D-Handzeit angehabt. So, hier, die Bilder kann ich euch wieder mal zeigen. Hier, nehmen sie lieber raus. Nachher wird das Video wieder weggehauen. Ihr kennt das. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich beide Männer. Er soll bei einem Streit sich hier um die Frau gehandelt haben. Eine Seelsorgerin kümmert sich vor Ort um betroffene Personen, heißt es noch. Sechs Stunden später gab es aber auch schon die nächste Attacke. Nämlich gegen zwei Uhr nachts gestern in Berliner Wedding am Leopoldplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Laut Aussage der beiden Opfer sollen mindestens 20 Personen auf die beiden losgelangen sein. Dabei zog einer der Angreifer eine Stichwaffe und stach zu. Wisst ihr, Leute, was will man dazu noch großartig sagen? Solange wir nicht eine Ursachenbekämpfung machen und es nur darauf hinausläuft, dass beispielsweise verschiedene Kandidaten fordern, dass man eine Abwrackprämie, Gewerkschaft der Polizei, für Messer macht. Das heißt, man gibt sein gefährliches Messer dort ab und bekommt ein Netflix-Abo für ein Jahr kostenfrei. Wenn ich ein Schwert abgebe, bekomme ich dann zwei Jahre Netflix oder wie läuft das genau ab? Das konnte ich noch nicht verifizieren. Mal gucken, was dann im Raume dafür steht. Oder was ist, wenn ich eine Axt abgebe und sonstige Sachen. Wisst ihr, Leute, dass die Grünen natürlich jetzt aus ihrem Loch gekrochen kommen und sagen, ja, das ist eine gute Idee, das ist ein guter Antrag, den unterstützen wir. Das ist ja noch rein logisch und absehbar gewesen, oder? Es ist wirklich an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen, was hier für eine Symptombehandlung wirklich getan wird. Und du kannst es dir nicht mehr ausdenken. Du denkst dir wirklich, du wohnst und lebst auf einem Strafkolonie-Planeten. Was hier an Situationen passiert und dann für Forderungen da kommen, Messer abgeben, Netflix-Abo. Aber gut, wie viele Personen genau beteiligt waren, das wird die Polizei jetzt ermitteln. Ob es weitere Personen gab, war zunächst noch unklar, also die verletzt waren. Die Polizei ermittelt auch hier zu den gefährlichen Körperverletzungen, plural. Also muss man auch davon ausgehen, dass hier zahlreiche Personen verletzt waren, was bislang bekannt ist. Ein Mann erlitt eine Verletzung am Rücken, ein weiterer eine Kopfverletzung. Sie kamen in Krankenhäuser, heißt es hier. Ja, und interessant ist das doch auch besonders damit, die Charité hatte gerade vor einigen Tagen, ja, ich sag mal, Alarm geschlagen. Deswegen, weil diese Stichverletzungen, die mittlerweile dort eingeliefert werden, immer, immer mehr werden und immer brutaler werden. Erschreckend. Absolut erschreckend. Wir haben einen weiteren Fall, der sich zugetragen hat im Saarland. Zitat, in öffentlichem Park. Mann, 48 Jahre, mit Flüssigkeit, übergossen und angezündet. Also sowas kennt man wirklich nur aus dem Film und möchte man einfach gar nicht wissen, was da alles abgeht. Das ist unfassbar. Also jemandem so etwas anzutun, da muss man doch eine natürliche Hemmschwelle haben. Oder sehe ich das falsch? Ein Streit in einem öffentlichen Park ist am Freitag völlig eskaliert. Zwei Männer stritten sich. Sorry, zwei Männer. Es wurde laut. Plötzlich stand einer der Männer in Flammen. Dramatischer Zwischenfall heißt es hier. Am Nachmittag 14.30 Uhr in Neunkirchen in Saarland, im öffentlichen Postpark, wurde ein Mann mit einer brennenden Flüssigkeit übergossen und dadurch lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann 48 Jahre in eine Spezialklinik für Verbrennung nach Ludwigshafen am Rhein. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Ja, auch hier gute Genesungswünsche an dieses betroffene Opfer. Die Polizei sagt dazu zu Bild folgendes Zitat. Die Polizeiinspektion Neunkirchen wurde gegen 14.30 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Postpark zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen sein soll. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung hat eine Person einer anderen offensichtlich eine brennbare Flüssigkeit über den Kopf geschüttet. Und diese hat sich dann entzündet. Ja, also von sich aus und selbst wird die sich bestimmt nicht entzündet haben. Das wage ich jetzt mal hier in Zweifel zu stellen, sondern da wird schon etwas passiert sein. Feuerzeug an, Streichholz, sonst was, das das ausgelöst hat. Oder sehe ich das falsch? Gibt es brennbare Flüssigkeiten, die man über jemanden gießt und die geht dann auf einmal von selber los? Habe ich da was verpasst? Schreibt es mal gerne in die Kommentare unten rein. Wie gesagt, lebensgefährliche Verletzung für das 48-jährige Opfer. Und welche Flüssigkeit das Ganze war, ob es jetzt Benzin war, irgendeinen Brandbeschleuniger, da gibt es ja verschiedenste Sachen, ist bislang noch unklar, wird jetzt ermittelt. Der Tatverdächtige, 32 Jahre, wurde laut Polizei festgenommen. Zitat, die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Heißt es von den Polizeisprechern. Ja, was anderes ist das auch nicht. Also das macht man ja nicht, weil das jetzt so toll ist oder sonstiger Schwachsinn. Weißt du ja, Leute, die Sache, die jetzt hier mittlerweile so häufig passieren, oder wie soll man sagen, weißt du, das ist jetzt wieder passiert am helllichten Tag, an einem Freitagmittag, 14.30 Uhr, von mir ist es auch Nachmittag. Geht da jetzt noch die Familie gerne in diesen Park, um ein bisschen Freizeit zu haben, frische Luft zu schnappen, vielleicht mit dem Hund spazieren zu gehen? Der Grund des Streits ist unklar, das wissen wir wie immer. Die Staatsanwaltschaft wird im Laufe des Samstags darüber entscheiden, ob der Vorwurf eines versuchten Tötungsdelikts aufrechterhalten wird und ob Gründe für einen Haftbefehl gegen den 32-jährigen Mann aus Neunkirchen vorliegen. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich überhaupt dazu kommen wird oder vielleicht wird er heute noch freigelassen. Sobald es Neuigkeiten gibt, hier erfahrt ihr es. Deswegen jetzt den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.